Stimme Was? Was? Hallo? Hallo? Lain, willkommen! Ok Speichern Streichen wir mal wieder die Kitty Kitt, 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 Kitt Ok, aufstehen Noch so eine schwarze Katze mit Streifen Bringen schwarze Katzen nicht Unglück Ach, Lachilin Sorry, sorry, willkommen Ketten streichen Meine Lieblingsbeschäftigung Wem nicht? Ok, ich hab keine Ahnung Kontrollpunkt Aber ich hoffe immer noch Dass wir mal was anderes haben Als diese blöde Taschenlampe Wäre mal hilfreich Da liegt wieder ein Kittel Ok, wir müssen anscheinend hoch Ich frag mich, wann mal das Wann der erste Kapitel mal vorbei ist Ok, hier ist wieder irgendwie was mit Licht Oh, guck mal da Jetzt will er uns aber Flaxen, oder? Was müssen wir hier machen? Schuhchen? Welche Schuhchen? Ok, ich hab hier keine Ahnung Was wir machen hier müssen Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich schau mich schon um Die Stöckelschuhchen Ja, das habe ich ganz am Anfang des Ganz am Anfang des Teams gesagt Ich meine, wenn die hier um ihr Leben kämpfen Wieso trägt ihr echt Stöckelschuhchen Aber Ok, ok, ok Irgendwas brauchen wir Wir werden es auch gleich auf jeden Fall finden Irgendwie erkenne ich noch nicht wirklich was Da lacht die ganze Zeit jemand Hört ihr das? Die ganze Zeit ist einer am Lachen Hier irgendwo ist bestimmt so ein Zettel Ich schau mit Sehr nett, sehr nett Bleib mal stehen Ich stehe Ja, jetzt nicht Jetzt nicht Aber wir kommen ab und zu Da lacht wieder jemand Ach, ist ja auch egal Ich sehe hier gar nichts Ich sehe hier gar nichts Ja, gibt Sidekick Dann gehen wir jetzt noch eben zur anderen Seite Vielleicht auch am Boden Wenn einer die Kombination kennt Wäre nicht schlecht Wäre echt nicht schlecht Ja, wir gehen sofort weiter Aber vielleicht habe ich irgendwas übersehen So, eben den Chat etwas größer machen So, weiter geht's Nee, Moment, Moment So, ist okay Oder an den Wänden, ja Werden wir gleich schauen Werden wir gleich schauen Ich guck nur noch eben hier die Sachen Weil kann doch nicht sein, irgendwo muss es ja sein Irgendwo muss es ja was sein Irgendwo muss es ja was sein Werden wir auf jeden Fall gleich alles probieren Nicht, dass das irgendwo da unten ist Nicht, dass das irgendwo da unten ist Aber hier scheint wieder was Hier wird wieder geleuchtet Warum, weiß ich nicht Ich habe jetzt auch keine Ahnung Ich habe jetzt auch keine Ahnung Ich habe jetzt auch keine Ahnung Da ist was Das rote, ja das rote Das rote, das rote Ach, guck mal hier Ach, ja Ja, ist das geil 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 Hammer Das rote Hector, Hector haben wir durchgezockt Hector habe ich durchgezockt Wenn du Hector, wenn du bei meinem Stream Runterscrollst, kannst du Hector Bei Youtube dir anschauen Da haben wir durchgezockt Auf jeden Fall, okay, habt ihr das gemerkt? Ja Ich bin so vergesslich Ich bin wirklich vergesslich Jetzt weiß ich nicht, was die letzten zwei waren Okay Der war aus Der war aus Der war an Der war an Jetzt bin ich wieder durcheinander Wie war das? Die waren an Die waren an Wir müssen uns das merken Ja, ihr müsst euch das merken Weil ich kann sowas wirklich nicht gut Ich kann sowas wirklich nicht gut Ich bin sowas von ein kleiner Ja Okay, eins, zwei, drei, vier Ach, drei 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 waren das Okay, hier waren ja drei Yay Yay Ah, ein Brieffragment Teil vier Wir haben nur einen, glaube ich, gefunden Hahahaha Sind wir schlecht An der Mauer An der Mauer Checker Danke Haben wir gefunden Haben wir gefunden Ich denke mal, wir können jetzt auch runter Ich frage mich, was wir hier noch finden Ich glaube, keine Waffe Das ist wirklich hier Haltensiegsspiel Der zweite Teil Der dritte Teil Werden wir Ach, guck mal Das ist doch Wir früher Okay, hier scheint auch eine Lampe irgendwo hin Aber was müssen wir da machen? Komm her Komm her Komm her Ja, ja Der kommt gleich und dann bist du Kaputt Okay, wofür ist hier eine Lampe wieder? Das hat doch wieder irgendwas zu bedeuten Was ist das? Was ist das? Da, was ist das? Wie geil ist das denn? Schade, jetzt geht es nicht mehr Schade Okay Okay Was war das? Okay Okay, können wir auch nix Da ist was Stem-Patienten verhalten sich unberechenbarer Ihre Pathologien scheinen durch die Erfahrung verstärkt worden zu sein Schlimmer noch Die Patienten scheinen die psychischen Traumata der anderen zu durchleben Es ist, als würden die größten Ängste der Nutzer im Enzephalon des Systems zurückbleiben Sogar wenn die Sitzung schon vorbei ist Am bedenklichsten sind ihre neuesten Aussagen Jeder Patient behauptet, eine vermummte Person gesehen zu haben, die sich langsam nähert Könnte er das sein? Lebt sein Bewusstsein als Geist im System? Ja, ist es denn? Meine Neugier ist kaum auszuhalten Ich will es wissen Ich will sehen, was Sie sehen Aber es ist zu riskant Im Moment Alles klar Oh ja Hier ist wieder was Habt ihr das gesehen? Ah, der Arsch bewegt sich da hinten Und da Und da Und hier Besonders der da hinten Der in der Mitte Der kriegt einen Hopp! Habt ihr das gesehen? Äh Hopp! Äh Hopp! Da Da, ich wusste es doch Komm, 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 komm Hopp! Hopp! Korb ab! Okay, hier können wir nichts mitnehmen Da können wir nichts mitnehmen Hier müssen wir wieder klick, die klick Oh, guck dir das an Sowas in deinem Wohnzimmer Oh, guck dir das an Sowas in deinem Wohnzimmer weit Court الجreifix Oh Nein! Nein, 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 nein!!! Bitte warten Sie, bis die Ärzte die Sonne wieder hergestellt ist. Du bist so scheiße, ehrlich. Du bist so scheiße. Energie wieder bei 20%. Ach, ist das denn? Ach, mein Gott, renn doch! Ach, mein Gott! Ist es nicht toll. Dann wollen wir mal wieder. Energie bei 20%. Ja, ich weiß halt. Okay, dann gehen wir uns schon mal irgendwo verstecken. Wir können auch nicht mal raus, ne? Ich glaube, wir werden wir uns jetzt... Achtung, Peter. Bitte warten Sie, bis die Ärzte die Sonne wieder hergestellt ist. Ja, okay. Weisragisch. Genau.